Ah, Mist. Hey Leute, ich bin's, McPavrik. Ja, wer kennt das nicht? Hängepflanzen zum Beispiel oder Pflanzen, die man oben auf den Schränken oder Regalen hat oder Blumenampeln, die sind natürlich immer ein bisschen schwieriger zu gießen, gerade wenn man vielleicht ein bisschen kleiner ist oder schon älter ist und da nicht mehr so großartig rankommt. Ich zeige euch mal eine gute Alternative, die euch dabei hilft, dass ihr ja hier keine Sauerei mehr habt und eben entsprechend es einfacher habt zu gießen. Ja, damit wir uns in Zukunft diese Sauerei ersparen, gibt es hier von der Firma Bekasey diese elektrische Gießkanne, die eben das Wasser nach oben pumpt und entsprechend dann ja das Ganze gießt. Es sind diverse Verlängerungsschläuche dabei, also wer noch ein bisschen höher kommen muss als ich, der hat auch hier Option. Das Ganze ist akkubetrieben, ein Ladekabel ist beigelegt und natürlich auch eine Bedienungsanleitung. Aber das ist wirklich sehr, sehr einfach zu montieren. Hoppla, jetzt kommt ein bisschen Wasser raus. Hier einfach die Schlauchadapter drauf packen. Ja, entsprechend hier unten auch ein Schlauch drauf stecken, den man hier einmal zuvor dran machen musste. Ja, und dann kommt hier entsprechend einfach nur Wasser rein. Das Ganze wird zusammengeschraubt und kann dann verwendet werden. Einfach ganz bequem über die Pflanze halten. Das Ganze einmal gießen lassen und entsprechend fertig. So einfach funktioniert das. Wenn das Ganze auch für euch eine sinnvolle Option ist, dann habe ich euch den Link einmal unter dem Video im Beschreibungskasten reingesetzt. Da könnt ihr mehr Informationen erhalten und das Ganze auch käuflich erwerben. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Paverick.